Nein, habe ich beim ersten Lesen des heutigen Sonntagsevangeliums gedacht. So etwas will ich nicht hören zum ersten Advent. Wenn der Menschensohn auf die Erde kommt, so steht es dort dann in erschreckender Weise. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond nicht mehr scheinen. Mit der Aufforderung, bleibt wach, seid wachsam, endet Jesus. Und ich, ich wollte am liebsten meine Augen schließen. Bis ich über die Mauer in Neuperlach bei München las. Anwohner haben deren Bau gerichtlich erstritten, in vier Meter Höhe, nachdem sie erfuhren, dass neben ihren Reihenhäusern Flüchtlinge untergebracht werden sollen. Als Lärmschutz sei die Mauer gedacht, argumentieren die Anwohnerinnen und Hauseigentümer. Dieses Wohnviertel steht vor einer der drängendsten Fragen unserer Zeit. Wie leben wir mit den Menschen, die zu uns kommen? Die Antwort dort war eine Mauer für die ersten Geflüchteten, die jetzt dort einziehen werden in der kommenden Woche, 30 Frauen mit ihren Kindern. Man sieht, miteinander leben ist schwierig geworden. Und hier haben alle übertrieben. Die Ruhe bedürftigen Anwohner und die Unterstützer der Flüchtlinge, die die Ängste der Anwohner nicht ernst nahmen. In vier Wochen will in diesen unseren Herzen Jesus geboren werden. Die Ruhe bedürftigen Anwohner und die